Frau Katowin, ich möchte doch das Thema interessant machen, verstehen Sie? Ja, dann nehmen Sie ein interessantes Thema. Und das wäre, Ihre Meinung nach? Ja, zum Beispiel Blähungen. Blähungen? Acht Millionen Österreicher haben Blähungen. Und das ist ein Witz. Fahrlein mit dem Autobus. In der Früh, in der Stoßzeit. Hey, alle stehen schon so. Und noch, kommt noch 30 Leute, kommt auch noch einer. Ja, geht schon noch. Und dann riechst du schon, kommt schon so. Von aller Seiten, kommt von überall. Du kennst dich aus, wird ja schon schwindelig. Du riechst nicht einmal meine eigenen Schaus, weil es von überall, von überall.